Jan Puckuck vom Zuchtreitungsfahrfein Riesenbeck, er präsentiert 353 Cornwall aus dem Besitz der Ludger Werbung Stables GmbH. Der Zuchtmann Heinrich Ramsburg, einen hannoverisch gezogenen Hengst vom Cornet Obolensky aus einer Contender-Stute, Cornwall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Von der Jury gibt es deutlich gut 8,7. Cornwall auch heute top. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020